Gospody! Da, da! Er ist potthässlich und kämpft wie ein Mädchen. Keines, mit dem ich tanzen würde. Aber der Kolonel hält ihn für nützlich. Habt ihr, was der Kolonel sucht? Da, hier. Diese Brücke. Der einzige Ausweg auf saxonischer Seite. Dort gibt es alte Befestigungen, sogar Häuser. Diese Stellung ist so gut wie uneinnehmbar. Richtig. Und keiner kommt aus dem Tal raus. Wir nehmen die Brücke ein, wenn der Kolonel das will. Tja, ganz recht. Was der Kolonel will, das kriegt er auch. Wir haben ein neues Primärziel. Jawoll, nehmen die Brücke ein. Kampfbeirat, ich sehe... Warum denken diese Kerle, sie könnten so mit ihr reden? Die und Zubov sind... ihr eigenes Grüppchen. Keine Sorge, haltet einfach den Kopf unten. Rücke vor. Dann rücken wir mal vor. Ich habe ja die Brücke eigentlich schon eingenommen gehabt. Aber ja, ja, gut. Da ist einer! Genau da! Rücke voran! Hätte ich die Kasernei kaputt machen müssen? Ich weiß, wo ich hin muss. Oh, hier ist viel mehr. Wir werden beschossen! Wir müssen sie schossen. Wir müssen sie schossen! Wir müssen sie schossen! Es gibt viel zu tun. Ich muss weiter. Es ist schon so gut wie Tore. Hier wären vermutlich sogar Speine investiver. Macht sie alle. Wolltest du Eisen einnehmen. Je mehr, desto besser. Muss was erledigt werden? Das können wir auf jeden Fall brauchen. Was jetzt? Was muss ich machen? Ich siege alle gegnerischen Truppen. Super. Wie mache ich das jetzt? Das war alles schön. Ich habe mal gesehen, wie einer von denen hier über einen Schützengraben gesprungen ist. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Na schön. Gehen wir. Das war alles schön einsammeln. Das war hier so schönes drin. Neue Befehle? Ja, machen wir. Oh, MG. Diese MGs werden uns helfen. Sehr gut. Haben wir alles eingesammelt. Denn irgendwas erledigt werden muss. Sind wir sie richtig umdrehender? Lassen sie mich raten. Ich siehs. Rücke vor. Das ist ein Fettklapps, Mann. Das ist ein Fettklapps, Mann. Das ist ein Fettklapps, Mann. Ja, genau. Das brauchen wir jetzt nämlich auch, mein Freund. Kanone und Besatzung sind jetzt einsatzbereit. Bringt sie hier in Stellung. Sollte das etwa ein Kampf sein? Das ist ein Fettklapps. Das ist ein Fettklapps. Das ist ein Fettklapps. Das ist ein Fettklapps. Egal, wir locken... Wir fahren jetzt das Ding hier hin. Und dann würde ich sagen, greifen wir an. Ach, ich hab hier unten auch noch Einheiten. Aber scheiße. Machen Sie Meldung! Wenn es meine Aufmerksamkeit wert ist. Echt jetzt? Ich gehe voran. Ich dachte, ich muss jetzt aber an. So viele Einheiten, die ich hier habe, Freunde. Ich dachte, ich muss mit den Kleinen Einheiten auskommen. Wenn es meine Aufmerksamkeit wert ist. Es gibt viel zu tun. Was gibt's Neues? Ich werde mir vor Ort ein Bild machen. Hätte doch Tischenwoll kaputt machen können. Wenn es meine Aufmerksamkeit wert ist. Ich sehe sie. Ich bin bereit für die Mech-Jagd. Ich brauche nur... Wir jetzt greifen an. Was zum Teifel geht hier vor sich? Ich stehe unter Beschuss. Wir sind in der Plenum. Sperrfeuer eingeleitet. Ich bin bereit für die Mech-Jagd. Ich bin bereit für die Mech-Jagd. Ich bin bereit für die Mech-Jagd. So, die war da unten alles kaputt. Was liegt diesmal an? Wo ist denn der Fettklappstar? Es gibt viel zu tun. Geh im Erde ist es wie Fisch. Dieses Ziel will einfach nicht fallen! Erst einmal Hallo! Sie müssen einfach nicht mithalten. Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Das wird Sie beruf! Gelegt Sie durch! Der Mannschaft! Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Seht euch vor, zählt. Gelegt Sie durch! Gelegt Sie durch! Gelegt Sie durch! Macht's kaputt, Mann! Entschuldigung, ich genieße es gerade. Das ist ein glorreicher. Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Ich werde Ihnen ein Ende machen. Leck Sie in oben! Kein weiter zu fahr! Gut! Ich bin besser! Ja! Schätze, das braucht! Je mehr, desto besser! Feindliche Einheit gesichtet! Der Schlusspunkt ist mir egal. Lassen Sie mich raten. Wird erledigt. Was gibt's Neues? Wenn es meine auf... Sie werden nicht lange durchhalten. Bereit für Befehle! Die kleine MG gegen dieses fette Ding, weißt du? Bereit! Ich werde dort Stellung beziehen! Ich verbrenn Sie zu Asche! Schmeißen wir die Brenner an! Flammenbereit! Ich verbrenn Sie zu Asche! Ich werde einen im Blick! Schmerz! Schmerz! Schmerz mit meiner Position! Was geht's? Wir müssen sie loswerden! Was brauchen Sie? Kein Leiterz at Birthday. Gutsch! Die die smilesi! Scheren! 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 Part swollen! Kein Leiterz at Birthday! Gutsch! Da dieその意見! Megangraus! Leckeheit! Machen Sie Meldung. 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 Wir brauchen Öl, wir brauchen Eisen. Neue Befehle. Folgt uns zum Sieg. Feindliche Truppen in Sicht. Ah, da patrouilliert hier jemand. Das ist zwar klar. Konnten Sie uns nicht was Netteres suchen? Ein neuer Auftrag? Gebäude Upgrade abgeschlossen. Wir brauchen so schnell uns unsere Füße tragen. Stärken wir mal unsere Verteidigung. Wir sind alle rein da. Es gibt keine besseren Alpohrfluss. Es ist stabil. Ich hätte gerne da drüben noch das Öl und das Eisen hier. Ach, ich muss noch ein bisschen hier Kohle schäfen, meine Freunde. Lassen Sie mich raten. Mehrere Gegner gesichtet. Geht das schon wieder da? Es gibt viel zu tun. Wo war er? Was wollen die hier? Alarm! Schaut! In ein paar Minuten wimmelt es hier von Saxonian! Wir haben die Mine! Gebäude Upgrade abgeschlossen. Arbeitet weiter! Wir werden so viel wie möglich abbauen. Eine weitere Mission? Rein mit uns! Unsere Befestigung ist bereit! Befestigungen gewinnen, Klinger! Wir sichern das Gebiet! Lassen Sie mich raten! Neue Anweisung! Der Rest soll sich hier melden! So, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Unsere Befestigung ist bereit! Ein neuer Auftrag? Immer unterwegs! Gebäude Upgrade abgeschlossen! Nichts und niemand kommt an uns Sicherheitsgebiet! Neue Waffe wird in Stellung gebracht! Aha, freut mich. Ich brauche aber noch mehr von diesen Eisendingern hier. Mit der richtigen Ausrüstung kriegen wir alles hin! Machen uns auf den Weg! So schnell uns unsere Füße tragen! Wir können loslegen! Was gibt's? Wir brauchen hier ein paar Pioniere! Ja, weil da ist so eine schöne Anti-Mech-Waffe hier. Wir haben alles im Blick! Gebäude Upgrade abgeschlossen! Wir sichern das Gebiet! Bitte gib mir noch ein bisschen Power, ey! Komm schon! Waffe wird ersetzt! Was gibt's Neues? Was muss getan werden? Pioniere melden sich wie wir wollen! Damit knacken wir jede Panzerung! Na ja, hoffentlich! Haben wir diesmal einen Plan? Anweisungen? Stärken wir mal unsere Verteidigung! SMG-Besatzung bereit für die Ernte! Unser Feind, Beschuss! Schwerer Maschinengewehr, Torpia! Unsere Befestigung für Angriff! Anweisungen! Nehmen Feuerstärkung ein! Wir wollen Upgrade abgeschlossen! Starr! Vortrupp, unser Beschuss! Wir drehen, ihr Fanjahr! Angriff! Machen Sie's kurz! Unsere Befestigung ist bereit! Komm, rein geht's hier! Komm schon, bewegen! Unser Befestigung wird angegriffen! Kanonen und Munition bereit! Bringt sie hier in Stellung! Neue Anweisungen! Wir brauchen hier ein paar Pioniere! Können wir euch mal schneller bewegen? Wir sichern das Gebiet! Neue Waffe wird in Stellung gebracht! Wir haben eine Befestigung! Oh, mein Gott! Noob! Was können wir heute für Rosier tun? Feindliche Einheit entdeckt! Bringe das Gewehr in Stellung! Wir sind bereit! Mehrere Gegner gesichtet! Oh, schießen, schießen, schießen! Mit der richtigen Ausrüstung kriegen wir alles hin! Ja, ja, ja! Sieht euch nieder! Ihr Bauern! Die Russen sind da! Wollen Sie mir helfen? Wir hatten keine Chance. Eine unserer Einheiten hat den Veteranenrang erreicht. Das bauen wir mit Leichtigkeit. Sie wussten gar nicht, wie ihn geschieht. Sie hätten es einfach sein. Wo sind die alle hin? Hier wird's brenzlig! Wir haben alles im Blick. Wir müssen alles safe. Das war's erstmal. Nächstes Mal werden Sie stärker sein. Wir werden Sie hier aufhalten. Was gibt's? Wir brauchen hier ein paar Pioniere. Neue Einheiten sammeln sich hier. Stressig ist das, Freunde. Stressig! Man stimmte an die Pioniere. Man stimmte an die Pioniere. Wir wollen die Pioniere.